Hi, hier ist Kiki und heute habe ich glaube ich einen Clown zum Frühstück gehabt. Ich bin heute recht gut drauf und ich muss auch sagen, ich lasse mich heute oder auch seit gestern irgendwie, hatte so ein Clip bei mir im Kopf gemacht, ich lasse mich jetzt nicht mehr verunsichern. Ich habe einfach keine Lust mehr, ich habe das Gefühl dadurch, dass ich in den letzten Tagen mich viel informiert habe und viel gelesen habe und viel gesehen habe, vielen Dank liebe Politiker, dass ihr mich in den Zwangsurlaub gesteckt habt, denn ich hatte, muss ich ehrlich sagen, vorher wenig Interesse an Politik. Ist halt so, ich bin Künstler und alles andere, ich mache mir meine Welt, wie sie mir gefällt. Aber durch diese neue Situation bin ich halt dann doch drauf gekommen, dass es auch gut ist, sich zu informieren, damit ich auch weiß, was da abgeht, warum und weshalb und dass ich mir vor allem eine Meinung bilden kann und nicht der Masse hinterherrennen, den Medien oder mich sonst von irgendjemand beeinflussen lassen. Ich mache mir meine Welt selber und meine Meinung selber. Und das habe ich dadurch, dass ich jetzt in der Zwangspause bin und nicht arbeiten darf, auch getan. Ich habe ganz viel Zeit. Soviel, vielen Dank Frau Merkel. Dadurch, dass ich da jetzt mich auch informiert habe, werde ich auch langsam ruhiger, denn ich weiß, da draußen gibt es Leute und denen gefällt es nicht, was passiert. Denen gefällt es genauso wenig wie mir und die bewegen was. Ich spüre, dass sich gerade was bewegt in der Richtung und zwar in eine positive Richtung. Und wenn es heißt, die Welt ist nicht mehr wie vorher, dann kann das für mich nur positiv sein. Zumindest im Moment habe ich das Gefühl, dass es in die positive Richtung geht. Und zwar, dass irgendwie viele Menschen aufwachen und auch Widerstand geben. Viele Menschen lesen bewusst, man hat ja auch Zeit, informieren sich und sind nicht mehr mit allem einverstanden. Klar, es geht natürlich an unsere Freiheit, es geht an unsere Jobs, an unsere Existenz. Und somit ist es einfach auch wichtig, dass man sich informiert und nicht nur den Schlagzeilen nachgeht. Und was da draußen passiert, gerade in den Medien, das ist echt voll interessant. Und das ist nicht unbedingt positiv, muss ich sagen. Aber wie gesagt, da soll sich jeder seine eigene Meinung machen. Ich habe mir meine Meinung gemacht und ich bin sehr froh, dass es da draußen ganz viele Menschen gibt, die jetzt wirklich aufstehen und Bewegung in die Sache bringen und zwar in die andere Richtung, wie es eigentlich die Politik vorgehabt hat. Und geht viel in YouTube. Guckt euch das an. Seid nach wie vor skeptisch. Ich hinterfrage alles. Ja, ich bekomme viel geschickt, wo ich auch wirklich dann, bevor ich sowas weitergebe oder verbreiten sollte, sei es durch einen Post an Freunde oder Facebook. Ich hinterfrage. Ja, es gibt viele Seiten und man kann überall Informationen einholen. Man sollte nicht alles, was nur Freunde posten, auch gleich weiter posten, ohne das getestet oder hinterfragt zu haben. Das ist ganz wichtig. Sonst hast du keine eigene Meinung mehr. Und das tue ich. Und ja, es macht mich froh, dass da was passiert jetzt. Es macht mich froh. Und die Sorge, die ich vorher hatte, die ist jetzt so ein bisschen besänftigt, muss ich sagen. Und jetzt schauen wir mal der Dinge. So, jetzt habe ich noch einen kleinen Nachtrag, nachdem der Herr Söder gesprochen hat und gesagt hat, dass ich jetzt Mäuschen wieder hinaus darf, auch ohne Grund. Prima. Es ist auch mit der Gastronomie, dass die jetzt demnächst so ein bisschen öffnen darf, so ein bisschen. Also du sitzt dann zu viert an dem Tisch. Größere Gruppen ist also nicht möglich und es muss also ganz viel Abstand sein zum nächsten Tisch. Das heißt für die armen Gastronomen, sie haben also nur noch halb so viele Gäste. Da frage ich mich, ob das überhaupt sich rechnet, weil natürlich die Miete und alles, die Angestellten, alles ist ja danach eigentlich ausgerichtet zu einer gewissen Zahl an Gästen, die du hast. Wenn das jetzt nur noch die Hälfte ist, ist es wahrscheinlich schwierig, in schwarze Zahlen zu kommen. Also wenn die gerade einmal ihre Kosten decken, dann haben sie wahrscheinlich Glück. Also ich finde es schon arg. Und dann noch das Geschiss. Du musst reservieren und sobald du vom Tisch aufstehst, musst du den Mundschutz wieder nehmen. Wenn du auf die Toilette gehst, dann darf auch keiner stehen. Und wahrscheinlich muss da jemand stehen, der mich dann hinbringt, weil dann überhaupt... Also wisst ihr was? Macht euer Geschiss allein. Ich gehe wieder ins Restaurant, wenn alles wieder normal ist. Und wenn alles wieder so ist, wie ich das kenne, dass ich nämlich ins Lokal gehe, mich hinsetze, wenn etwas frei ist und ich gehe aufs Klo, wenn ich muss. Mach ich nicht mit. Ach in die Bar und was weiß ich. Also ich kann ja gerade noch verstehen, dass mein Biergarten geht. Und dann nehme ich halt auch mein Megafon mit, weil wenn da hinten drei Tische weiter jemand sieht, den ich gehe und den ich nicht drücken darf, weil ich mir so lange nicht gesehen habe. Dann kann ich wenigstens sagen, ich habe dich lieb. Oder sowas ähnliches. Oder ich freue mich dich zu sehen. Ihr merkt schon, ich bin da jetzt echt zynisch. Aber das geht mir jetzt zu weit. Ich warte jetzt einfach, bis alles wieder normal ist. Das heißt, dann sitze ich auch im Auto und bin in Richtung Spanien. Jetzt ist mir das zu blöd. Jetzt darf ich mein Kosmetikstudio demnächst wieder aufmachen. Jetzt werde ich erstmal meine ganzen Kunden abarbeiten. Ich freue mich total auf die Mittels. Und dann schauen wir mal, wie sie alle reagieren. Was mich allerdings wundert, ist, dass es doch in meinem Bekanntenkreis immer noch Leute gibt, die total Angst haben vor Corona und sagen, ich gehe immer noch nicht raus und mache immer noch nichts. Und ich werde niemals ins Lokal gehen. Leute, ich gehe nicht ins Lokal, weil ich Angst habe vor Corona, sondern ich gehe nicht ins Lokal, weil mir das Ganze zu blöd ist. Habt Angst, bleibt zu Hause und schließt euch ein. Ich nicht. Und dann morgen darf ich wieder raus. Ganz offiziell. Das ist schön. Setze ich mich in mein Auto und fahre erstmal durch die Gegend, weil der stammt nämlich jetzt ein halbes Jahr und den muss ich jetzt erstmal wieder fahren. Und da freue ich mich ganz sehr, weil ich dann meinem Papa nämlich total nah bin. Und dann fühle ich mich wieder richtig gut und stark und dann rutscht man in den Buckel runter und somit ist gut. Und das war's. Bis dahin, eure Kiki.